Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von HiOnLife Ja, ich habe da gemütlich Ich bin da jetzt ein bisschen rumgegangen Da hinten ist ein Tor Da kommen wir nicht weiter Und da hinten schaut es anders wirklich so aus Also, let's go back Weil irgendwie, wenn man da Tee trugt Zack Okay, jetzt haben wir die Tür zu sehen Let's check this one an, super Ja Oh ja, ist da hinten, ja Nice Meine Idee war Dass ich mich da mit dem Slowding da irgendwie drauf steuern kann Aber warum so kompliziert machen Ich meine, kann der Boot Denken, weil ich so denken kann Yeah Bleible Aber eh Ja Das war rot Wir können es trotzdem benutzen Das heißt, wir können es ganz am Anfang eigentlich abbenutzen Aber eben, es gibt es auch immer Wege, wo wir hin können Können wir das auch anders machen Oh Ja, das. Na. Das ist die Musik. Wie will ich denn? Was? Ich bin hier Ah, ich bin hier Ich bin hier Oh so, der ist ja auch nicht wohl Nice Oh, Munitionsbeutel Gibt es wie sie einen weiteren Munitionsbeutel um mit einem Baum mehr Gestalt tragen zu können Auf dieser Weise werden du dich da nie aufhören ein feindliches Schädel zuvor Nice Was habe ich da nicht aufgekommen Ja Komplett back Oh, fordrehen Ich habe die Aufmerksamkeit Das war's mir. Das war's. Ich weiß nicht, dass es Wasser gibt. Das war's, ich glaube. Hm, nice. Oh mein Gott Ah ja, wo springen? Ähm, das war anders als erwartet Oh, da bin ich schon 3000 Die hätten aber gar nicht mehr zu Ja, das war natürlich Ähm, da ist doch ganz wichtig, dass ihr aufsteht, was vorne sind, oder? Ey, oder? Das war doch wieder Ah, die hatten aber gar nicht mehr zu sein, oder? Gäbe ich so eine Kiste, Junge, aber irgendwie... Vielleicht obendrauf? Hab ich so nicht aufgekommen Der ist nur bissl annoying Ja genau, du Unterhalb Es war nicht obendrauf Oder wir können es kaufen Ich hab doch gesagt, wir haben so viel Geld Munitionsbeutel, nicht so schlecht Aber wir gehen für ein Duradank Oder beides für euch Wir gehen für beides Ich hab noch nicht Wir gehen gleich auf für uns zu fern Das war's für mich. Ich kann mich nicht mehr auf den Kopf sagen. Ich bin froh. 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 So. Ich weiß es ist direkt mitten in der Folge. Aber es ist von mir jetzt auch wieder eine Zeit lang her, dass ich das letzte Mal das Game gespielt habe. Aber wir werden direkt einfach wieder reinkommen. Ich finde einen Weg um den Fluss herum. Ehrlich gesagt. Ich gehe mal davon aus. Wie ist denn das gegangen? Infoscanner. Genau, da sind wir dahinten schon waren. Aber da wird mir eine blaue Kiste angezeigt. Sehe ich gerade. Dann tun wir was, als ob da keine Kisten mehr werden. Okay. Was bringen wir die Dinger? Ich gehe nicht mehr. Ich gehe nicht mehr auf dem Fluss herum. Dann fahren wir mal auf jeden Fall um den Fluss herum. Gefühlt sind wir überall. Geil. Bloß auch nichts. Okay. Gehen wir mal fancy grass. Warte, die Bilder. Oh ja. Okay, ist ein bisschen laut und ein bisschen leiser. Also. Das ist ein bisschen. Yo. True. Yeah. Yo. Oh, gar nicht, da sieht man was gehören Okay, mit Kubi aber ja Hat das auch nicht mehr können Ich muss immer so machen, dass da diese Kisten in dir sind Aber okay, diesmal ist ich gar nicht mehr in dir Money Dann gebe ich es da drüber auch nicht Okay Okay Hm Ja 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 Sehr schwer What the hell Nur noch mehr Das denk ich mal Ja Haft oben verstecken Easy Oh, dann zieh mich da Oh, komm mal der hier Müssen wir da weiter gehen Ja 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 Ich meine jetzt Wahrscheinlich Oder war es nur eine Rundschaft gerade Okay, scheint ruhig zu sein Zu meiner hinteren Schlucht Zu meiner hinteren Schlucht Da ist auf jeden Fall Ja 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 Ich sehe nicht ein Warp-Divis auf dich Ja Krubus macht dich auf die Karte Oh, das Cheapskate Kroobus Ich sage dir, Mann Hier, ich habe ein extra Was? Gut Ich lasse niemanden dir sagen, dass Ranchi nicht ein genereller Mann ist. Okay? Es ist ein unverwendetes Warp-Disk da drin Gegenstand erhalten Warp-Fernbedienung Lade diese Fernbedienung mit einer Warp-Scheibe Auf wahrscheinlich Und Verwendest du, um dich in eine beliebige Basel oder einen Teil des Verhältnisses mit diesen Koordinaten zu warpen Binde einfach einen geeigneten Ort und warbe dich weg Okay Warp-Scheiben Diese Warp-Scheiben, die Ranchi dir gegeben hat, enthält Koordinaten zu einer außerirdischen Schnellstraße Vielleicht kannst du sie reinlamut und benutzen sie als Brücke Oh, das war Poldica Oh, danke Nice Hey, hey, komm 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 komm, komm 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 Ich habe sicher, Krubus gesagt, ich habe dich gesagt, ich bin hier auf die Sefer der Bremse zu nerf Und im Delalmo Land Resort Ja, ich bin dieser Ranchi Delarmo Der CEO Delarmo Industries Dieser wird jetzt sogar besser sein, als der zu der auf Glassport 12 Hm. You know, make a deal with the G3. And now we're setting up a brand new location here on Zephyr. Where ain't nobody gonna breathe down our necks about safety protocols. Her background checks on all the performers. And you're probably wondering why nothing's been built yet. Well, I might have got a little bit sidetracked. Drawing up blueprints takes a lot out of me, you know. So I unwind with a little furgle or two. Sue me. But we're making good progress. Or will be. Soon. Another thing. Check out the scale model of the new Delarmo Land. Cause it's got a lot of detail. It's gonna be the planet's only all-inclusive pansexual drug bazaar. On the beach, you can get your rocks off while getting your surf on. And I can have all the furgles I want. That's just a perk on top of a rock-solid development plan. And once I stop enjoying the perk, I'll get right back to planning this resort. Any day now. Soon as I've had my fill of the furgles. Man, Crubus. What a guy. You see that photo over there? That's the snap of me and the crude man. That shit was like, I don't know, 20 years ago, man. That's how long we've known each other. He used to be a real wild man before he turned into such a frickin' stodger. You know? I got clean. I got sober. All paperwork and shift management? I mean, Crubus, man. You work for the Space Mafia. You think you'd still have a little fun every now and then? Oh, man. I'm sweating. I'm sweating so hard right now. Sorry for all the rambling. What are you still doing here? Damn. I'm sweating. I'm sweating. I'm sweating. I'm sweating. I'm sweating. Okay. The height is wearing off and I'm starting to feel a little antsy. Okay. I need some furgles. Pronto. Really? I don't smell anything. It smells just fine in here. Okay. Hey, so, uh, sorry to get pushy, but, uh, are you going to look at the stock market? Hmm. Kaufenverkaufen, Kaufenverkaufen. And I don't want you going out of the night. It's dangerous. How much money does this guy have? And I'm not, I'm not saying that because of this room. I'm thinking maybe a heist, you know, later. After we go to the 73 Cartel. I don't know. What are you doing here? I'm talking about how you do it. We have a warp device. You know, that's going to be helpful. Why don't we use it to cross this river, so we can go talk to the moplets and check in with them. Okay. Yeah, bye, I guess. Jesus. Okay. Hey, pass auf diesen Exotionswilien Planeten auf. Okay. Was hat unser Monster-Kopfverkältiger im Ruhestand? The Gene. Fass bloß nichts an. Am besten begrüßt er auch den Boden nicht. Denn auch der kann Krankheitsübertragende in word. Okay, so irgendwie. Ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten, ich denke. Irgendwie. Schauen wir mal. Alles klar. Ich denke, so können wir uns später hinlegen. Und das? Okay, uh, let's use this Warp-Device, Ranchi gave us, to cross the river, huh? Hey there, it's me, Sudo, I'm back. Uh, looks like you're trying to use that new Warp-Device you just got. You want me to help you out? Ja, geil. Aber du würdest auch gerne wissen, was da gedacht war. War ich das vielleicht einfach nur noch gegen den Betrieb? Okay. Da kommen wir an Chandra Maria, glaube ich. Dann wieder hier hinüber. Also kann man es jetzt immer wappen, quasi, oder ob suchen. Positionen und wo. Was werden wir gleich rausfinden. Ey, yo. Okay. Wir haben jetzt einen Darl von irgendeiner Schnörsch draußen. Ja. 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 Ey, das ist alles sehr komisch. Ja. Waaaat. Okay, wir haben jetzt einen Darl von irgendeiner Schnörsch draußen her, damit wir da rüberkommen. Ist es ja irgendein AV gewesen, um uns da rüber zu... Ja, okay, okay. Dann wahrscheinlich für den Weg AV, sonst... Vielleicht denke ich nur so zu minimalistisch. Was rennt ihr da schon wieder? Ja, aber... Ist jetzt so versteckt? Boah, das ist weit gut, oder? Okay. Yay! What's going on? Tuck! Oh, nice. Hat mir das gerade gehe? Wie? Da sind die versteckten Kisten, was wir glaube ich vorher irgendwie gesehen haben. Das ist sehr verwirrend. Oh, es ist jetzt ein Rundgang einfach nur. Gehen wir noch einmal. Mit dem Mittelgang. Oh mein Gott. Okay. Noch einer. Oh mein Gott. So, noch ein Gegenschein. Müllsack-Baby ist ja nur eine 3. Ähm, du dachtest wahrscheinlich das Coward hier wäre das Böse. Aber nein. Reese ist nur kürzlich... geschieden. Okay. Okay. Jetzt können wir auch, dass jetzt Torweiser geht. Das geht sich aus. Wahrscheinlich nicht. Dann probieren wir es mal aus. Wow. Das ist ziemlich close gewesen, das Gefühl. Ja, jetzt bin ich wieder zurück. Oh Mann. Super. Das heißt, wir hätten das ohne überhaupt mal geschafft. Ja, lol. Zum Schluss wäre es so gedacht. Ich habe mich so um zurückgehalten. Oh, je, 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 je. Es schaut nicht so gut aus. Ich glaube, wir müssen so um zurück. Yo. Close, close. Gibt es voll schon? Ich glaube nicht. Nein. Kennen zurückgehen? Weil ich würde ja noch das da fertig machen. Schauen wir, was da passiert. Yay. Nice. So. Oh mein Gott. Auch ein Sturm. No. So. Dann. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.